So, meine Damen und Herren, Digger, willkommen zurück zu Forbidden Memories, Leute. Unser toller Sonntags-Stream mit geilem Yu-Gi-Oh! und Planet Crafter-Shit. Ähm, ja, ähm, ich habe letzte Woche Sonntag die ersten zwei Magier besiegt. Und, äh, ja, ich denke mal, heute machen wir die anderen Magier. Äh, mal gucken, ob ich heute grinden muss. Ich habe ja schon letzte Woche hier und da wurde es ein bisschen kniffliger langsam. Ähm, kann sein, dass wir heute anfangen müssen zu grinden. Äh, welche Schrein habe ich letztes Mal gemacht? Ich glaube, Shrine of Glory habe ich letztes Mal gemacht. Boah, weiß nicht, Digger. Ich glaube, Forest habe ich gemacht. Und Desert habe ich gemacht. Die beiden habe ich gemacht, ja. Und krass, wie viel Content das Game hat. Ich denke mal, jede Woche, als ob das wieder im Plan steht. Ja, an sich haben wir gar nicht so viel. Ja, doch, wir haben schon eigentlich recht viele Duelle hinter uns. Einfach Frauen benutzen, die sind OP. Ja, nicht mehr so krass. Frauen sind immer noch nice, aber nicht mehr so krass. Und, äh, by the way, wenn ihr euch fragt, wieso heute die Kamera so ein bisschen anders aussieht, ähm, an diejenigen, die gerade noch dazugekommen sind oder auf YouTube. Äh, meine Gardienstange ist abgestürzt und deshalb ist gerade zu viel Licht in meinem Zimmer und ich musste den Filter ein bisschen ändern. Äh, ja. Ich denke mal, wir gehen nach Kings Valley. Wenn das überhaupt, das klang nicht nach einem Magierort. Ach, das ist hier. Fuck, hier muss ich gar nicht hin. Das ist ja gar kein Schrein. Ich muss nur den Schrein. Okay, welchen Schrein machen wir als nächstes? Also der, der Sea-Schrein könnte ganz nett für mein Deck sein, weil ich spiele ja, ich versuche ja immer den Dingens, den, ähm, Zwillingsdrachen, Doppelkopfdrachen, Donnerdrachen zu beschwören. Und er ist stärker auf Wasser, also hey. Ah, fuck, ich habe vergessen, was aufzumachen. Ich wollte für heute nebenbei mir Forbidden, Forbidden, Forbidden Memories Affinity Chart nebenbei offen haben. Gibt es irgendwie ein sickes Bild, ein ganz simples Bild auf Google? Ja, gibt es tatsächlich. Das wollte ich mir nebenbei öffnen. So ein Affinity Chart, damit ich, ähm, ja, sehen kann, was gegen was gut ist. Ja, mache ich mir auf dem zweiten Monitor auf. War das Spiel den ganzen Stream englisch? Äh, den ganzen, die ganzen Streams englisch? Nee, nur der erste war deutsch. Und danach muss ich auf Englisch wechseln, wegen der Mod, die ich momentan drin habe. Sooo, meine Freunde! Okay, let's go. Die Schwächen und Stärken ergeben sich davon selbst, ja. Ähm, ich meine, wieso sollte man nicht wissen, dass Merkur gut gegen Sonne ist, oder? Vor allem, wenn, wenn es wenigstens irgendwie nach Größe gehen würde, oder sowas, dass die größeren Planeten, okay, nee, das geht ja nicht. Dann wäre ja da Sonne gegen alles stärker. Aber ja, das ist halt so, ich meine, oh, ich meine, das fucking, Merkur ist gut gegen Sonne. Ich meine, Sonne gegen Mond, okay, kann ich nicht mehr verstehen. Aber dann wieder, wieso ist Mond, ich versuche mir halt irgendwie eine Brücke zu bauen, aber wieso ist dann Mond gut gegen Venus? Und wieso ist Venus gut gegen Merkur? Also ich versuche da irgendwie eine Brücke zu bauen, aber, aber, man könnte halt sagen, Venus ist besser als Merkur, weil Merkur hat Hörner und Hörner ist der Teufel und Teufel ist böse, das heißt, Engel ist besser. Aber, und hier dann halt, ja, Neptun gegen Mars. Mars hat ein Pfeil, Neptun hat drei Pfeile. Jupiter ist gut gegen Saturn. Wieso habe ich, wieso höre ich den Alert doppelt? The fuck ist schon wieder heute los? Mein Gott, ey, immer Probleme mit den Alerts. Aber yo, Taka, vielen Dank für 34 Monate. Boss 4 mit 2 hat hier überlebt. Ach, Deschke. Mich triggert das hier, dass Uranus so low poly ist. Low poly, ähm, so niedrig aufgelöst ist. Aber ja, das könnte man sich vielleicht merken. Neptun hat mehr Pfeile als Mars. Also ist es besser. Sonne ist halt besser als Mond, weil Licht ist geil, Dunkelheit ist gruselig. und Venus ist halt besser, weil es halt keine Hörner hat und das andere hat Hörner, keine Ahnung. Aber dann bei Jupiter und Saturn wird es schwierig. Könnte ich mir öfters, glaube ich, Probleme haben, zu merken, was davon jetzt besser ist. Oder wieso ist Mars besser als Jupiter? Oder wieso ist der Mond besser als Venus? Da wird es schon ein bisschen schwierig. Neptun gegen Mars ergibt Sinn, weil Mars meistens mit Feuer gleichgestellt wird und Neptun mit Wasser. Das stimmt. Das stimmt, das ist recht. Das stimmt. So, okay, ähm, ist auch so geil in dem Spiel hier. Meistens Feuer, Feuerkarten haben meistens Mars am Start und Wasserkarten haben meistens Neptun am Start. So, okay, ähm, ja, Wasserfeld. Wir haben, äh, was haben wir noch ein Sickes? Ich könnte das Neko Girl machen. Ich habe schon, äh, einen Drachen am Start, aber ich bräuchte dann noch irgendwie Blitz oder Donner. Wir können theoretisch also erstmal ganz simpel anfangen mit der Herbsthexe. So, jetzt geht's los. Also, er wird wahrscheinlich, weil er Wasser ist, wahrscheinlich sehr oft Neptun benutzen. Gegen Neptun ist Pluto gut. Und Mars ist schlecht. Also sollte ich auf jeden Fall Mars vermeiden, ne? Was genau macht denn die Mod? Äh, dass ich nach jedem Duell 15 Karten bekomme anstelle von einer Steady. Okay, einfach eine Karte. Normalerweise kriegst du immer nur eine Karte, wenn du gewinnst. Und dann ist das Spiel so gedacht, dass du eigentlich sehr, sehr viele Free Duels, äh, farmst. Und das ist dann für den Stream ganz angenehm, ähm, damit wir halt nicht, ähm, in jedem Stream erstmal vor jedem Gegner an zwei Stunden grinden, sondern vielleicht nur zehn Minuten grinden. na, damit es halt ein bisschen, ein bisschen besser flowt. Ja, ähm, zum Beispiel jetzt hier, er hat Neptun direkt, ja. Aber ich kann nichts dagegen anstellen, Leute. Man kann, meine Hand ist gerade echt nicht so geil. Ich würde gerne was wegwerfen, aber ich, ich habe halt gerade geile Drachen auf der Hand. Ich muss halt auf Blitz hoffen. Ich kann theoretisch, ähm, ich kann theoretisch zwei Drachen wegwerfen. Oh, Drachen mit Drachen kommt der. Okay. Zwei Drachen kann ich wegwerfen. Ich habe ja noch, äh, Drachen. Noch einen Drachen. Und Colin Grace. Dankeschön für fünf Monate. Du zockst wieder Yu-Gi-Oh! Ja, jeden Sonntag. Ja, das ist die Karte, die ich haben will. Scheiße! Also, wenn er die jetzt auch spammt in seinen, ähm, in seinem, aus seinem Deck, dann müssen wir wirklich langsam grinden gehen, Leute. Dann müssen wir wirklich langsam grinden gehen. Ja, ich habe nichts. Ich habe leider nichts. Bestimmt kriegen wir hier so eine Drachen-Lady raus, Leute, die übelst OP ist, oder? Geil. Oh, sie hat Pluto. Pluto ist gut, Leute. Gegen Neptun. Ha! Warum Mars gegen Jupiter? Jupiter ist der Größte nach der Sonne. Das Spiel ist seltsam. Ja, ich habe, ich kann es auch nicht. Keine Ahnung. Ich verstehe es auch nicht. Vielleicht gibt es da irgendwie einen tieferen Sinn. Jupiter ist ja schon recht rot, aber Mars ist röter. Boom. Deshalb. Ja, ich probiere noch einmal gegen ihn. Wenn es genau so aussieht, dann, ähm, gehe ich grinden. Ja, ne, aber ich glaube, wir können direkt grinden gehen. das Doofe ist ja, nach ihm kommt ja nochmal ein, äh, noch, also ich muss ja zwei Gegner hintereinander besiegen. Und der nächste wird wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger sein als der hier. Deshalb machen wir ein paar, äh, Free Duels. Oder ja, anderen Schrein können. Türic, ja stimmt, wir können auch einen anderen Schrein kurz testen. Wir können auch einen anderen Schrein testen. Ähm, ähm, Mido Schrein. Gras. Geil, let's go. Prepare to lose. Ekti, wie kommst du momentan mit, ähm, Elden Ring klar? Ich hab hier und da ein bisschen gelurkt, zwischendurch. Hat aber nicht so viel Zeit. So, was ist gut auf Gras? Vor allem, was wird er wohl für ein Element benutzen, wenn er auf Gras spielt? Blumendrache ist bestimmt gut auf Gras, oder? Nein, schade. Okay. Er hat direkt Bock. Natürlich, es ist stärker. Oh, er hat sogar das bessere Element. Shit. Okay, was hat er denn für ein Element? Roigeki. Okay, die benutzen hier alle Mars. Das heißt, ich brauche Neptun. Also, er benutzt auf jeden Fall damit schon mal Mars. Äh, ja. Ich hab gehört, Reigeki ist ganz cool, oder? Ja, ja, auf Gras müssen Warrior und Beast Warrior sowas, ähm, gut sein, aber es ist Forbidden Memories. Wer weiß, was hier passiert. Die Regeln sind hier wild. Okay, ich habe ein Blitzviech, aber leider kein, leider kein, ich glaube, Vogel und Steinfuhr hat funktioniert, oder? Scheiße. Neptun. Läuft, macht Spaß, äh, die Open World. Godric einmal probiert und, äh, zerstört worden. Jetzt einfach ein bisschen, äh, World erkunden. Sick, freut mich mal. Jo, er hat den Flammenschwert, Mann. Ey, da ist er, Leute. Da ist er. Er hat leider kein Mars am Start, äh, kein Neptun am Start. Mars ist gut gegen Jupiter. Okay. Ich kann, ja, ist eigentlich egal, was ich nehme. Einfach so eine Karte mit 2500? Ja, die sind jetzt alle stärker wegen dem Gras. Der hat normalerweise 1800 und der hat normale 1550. Das ist wegen dem Grasfeld halt, ne? Aber auch ohne Grasfeld. Die haben teilweise, so ohne Fusion teilweise, so starken Karten. Okay, das zählt nicht. Der hat einfach eine Karte, die, die Uranus hat. Sonne? Habe ich gerade nicht Pluto genommen bei meiner Karte? Hatte ich nicht Pluto genommen? Habe ich Mond echt genommen? Nein. Äh, ja. Scheiße. Ja. Jetzt habe ich halt fett reingeschissen, deswegen, ne? Ich muss die Karten loswerden. Marzi! Habt ihr ein Favorit Yu-Gi-Oh-Gi-Oh-Monster? Rein vom Design her? Meins ist der schwarze Rosendrache. Ähm, gibt's als Karte irgendein richtig geiles Girl? Schwarzes Magier-Mädchen. Ja, die gefällt mir auch. Arthrax. Arthrax. Arthrax ist eine coole Karte. Vom Design her. Millenniums Opfer. Ne, das bin ich. Ich bin keine Karte. Ich habe gestern mit meinem Freund Yu-Gi-Oh-Packs geöffnet. Es gab richtig viele Girls. Dein Boyfriend ist ein Yu-Gi-Oh-Fan? Äh, ja. Wir gehen ein paar Free-Duels machen, Leute. Ähm. 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 Wo war der? Der hier. Der kann doch, glaube ich, Dinos haben, oder? Oder war das der hier? Also der hatte Raptoren gehabt. War Bandit Keef oder er hier derjenige, der die Zombie-Drachen hatte? Ich glaube, der war das, oder? Testen wir mal ab. Checken wir mal ab. So heftig ist er nicht. So heftig drin ist er nicht. Heftig ist er bestimmt. Ja, im Anime war der Dino-Mann, aber, ja. Also es ist, es sieht ziemlich feurig aus, Leute. Es sieht ziemlich feurig aus. Wir testen mal. Ob ich es zum Phönix machen kann? Nein, schade. Ach, ich habe falsch rum gemacht. Ich bin dumm. Du, du, du. Du, 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 du. Auf jeden Fall heftiger Typ. Ich meine, er ist mit dir zusammen. Er muss ein heftiger Typ sein. So, ja. Ich hätte jetzt einen Maschinen-Drachen am Start, der mir aber nichts bringt. Ich könnte die Herbsthexe machen ansonsten. Boah, machen wir denn die Herbsthexe? Yo, Vanox, was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Ich habe heute endlich Tales of Arise durchgespielt. Erste Hälfte war Bombe, zweite war schon langweilig wie Arsch. Hast ganz schön schnell durchgeballert, oder? Ging recht fix. 37 Stunden? So kurz? Tales of Arise ist so kurz? The fuck? Oder spiele ich einfach immer nur Tales-Spiele sehr langsam? Ja, für Tales-Spiele brauche ich immer so an die 60, 70 Stunden. Bip, 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 bip. Wann sie jetzt zwei Finale, Kegi? Niemals. Ich finde Yu-Gi-Oh!-Karten, das Format, sehr komisch. Die haben keine Kreditkartengröße wie Pokémon-Karten, sondern sind eher so viereckig. Aber die sind ja auch recht länglich. Ja, okay. Ich dachte, die hatten ein recht ähnliches Format wie Pokémon-Karten. Spielst du nicht oft sehr langsam? Es geht, keine Ahnung. Ja, ich habe bei Tales-Spiele jetzt keine Probleme oder so. Ich komme ja eigentlich ganz gut durch. Ich hänge da nicht irgendwie an Bossen oder sowas. Ich komme immer ganz gut durch. I don't know. So, was haben wir bekommen, Leute? Girls auf jeden Fall. Da ist unser Raptor. Er hat auf jeden Fall mir Raptoren gegeben, wie schon sein Name sagt. Twin-Headed King Rex. Den hatte ich schon mal probiert. Der geht nicht als Drache durch. Entweder hatte ich Pech gehabt oder... Little D! Leute! Da ist er. Mein Schwa... Letzter Dungeon, einfach nur Damage-Sponge-Gegener. Ich habe bei Rise 26 Stunden und habe gerade erst alle Chars zusammen. Ich bin aber sehr überrascht, wie Kristall fokussiert FF 1 bis 15, by the way. Es geht ausschließlich darum, die Kristalle zu beschützen, was nie klappt. Ja, das ist ja... Kristall... Final Fantasy geht ja immer um Kristalle. Um die... Nur halt später sind die dann weniger im Fokus als die ersten Teile. Ich meine, Final Fantasy 14 geht immer noch sehr stark um Kristall. 13, 15, auch noch sehr viel um Kristalle. 9? Ich glaube, halt nur 7, 8, 9 und 10 hatten wenig mit Kristallen zu tun, oder? Ja, vielleicht hatte ich nur Pech gehabt. Wir können mal kurz den anderen probieren. Bennet Keef probieren. Ob der mir den... Zombie-Drachen gibt. Irgendeiner von diesen Leuten aus dem... Aus dem... Aus dem Anfangstournament kann Zombie-Drachen droppen. So! Bim, 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 bim. Ich habe das Remake schon gezockt. Auf das DLC. Alles. Ja, Dashka? Apobos FF. Ich glaube, Dash will sagen, er hat sein Faces-Format immer noch nicht fertig Und das macht ihn fertig Ja, genau das Yo, einfach so, eine Karte Lösch dich, Digga Ich bin ein Final Fantasy, Mann Wenn Final Fantasy kommt, dann spiele ich es direkt Als ob ich so ein Remake jetzt mehrere Jahre aufschieben werde Okay, was hat er für... Er hat den Teufel und den Mond Ich darf nicht Sonne benutzen Und ich darf nicht Venus benutzen Sonst habe ich ein Problem Drei Karten Okay Okay Wer von dem... Er hat eine Maschine und eine Bestie kombiniert Und es kam der Flammenlöwe raus Dieses Game ist so busted Junge, was? Hey, Ricky, was geht ab? Und apropos Spielzeit Ich spiele ja momentan außerhalb des Streams abends ab und zu wieder Legend of Heroes Reihe Und... Ich bin gerade bei Tales from Zero Tales from Zero Äh, Tales from Zero Und... Es gibt, glaube ich, sechs Kapitel Und ich bin im vierten Kapitel erst Und noch nicht mal mit dem vierten Kapitel durch Und hab jetzt schon 80 Stunden Ja, ich... Ich glaub... Ich glaub, es liegt an mir Ich glaub, es liegt an mir Und nicht an Tales, dass ich so lange für die Spiele brauche Du kannst wohl nicht gut lesen Ja doch, aber in Trails Spielen Ähm... Gibt's halt sehr viel zu lesen Das ist es, ja Da gibt's halt insane viel zu lesen Oh, nee, Chronom Cross hab ich nicht durchgespielt Ich hab's ja nur kurz gekauft Probiert Für den Support Durchspielen werde ich's wahrscheinlich Wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe Miserate Ich glaub, das wird kein S-Rank, Leute Ich glaub, das wird kein S-Rank Es ist ein D geworden Weil ich mich einmal angreifen lassen hatte Angegriffen lassen hatte Ein D? What the fuck? Wie funktioniert dieses scheiß System hier? Also, er gibt mir auf jeden Fall Zombies Es müsste der sein Er gibt mir auf jeden Fall Zombies, Leute Ich müsste bei ihm den, ähm... Zombie-Drachen bekommen können Ja Es ist er Das ist er Das ist er, wenn man kann, dann kann ich mich mal sagen Geile, ich kann nichts vernünftig kombinieren Ich kann nichts vernünftig kombinieren Wird wieder ein D, oder? Das ist Neko, Girl Zicker Voice Crack Ey, ich hab jetzt auch ein Girl Ey, ey, da ist sie Pop Chen Mieserate Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Ist das eine Katzentasse? Da sind Katzen drauf Alles okay, ich bin im Jam Ich bin im Jam Sind die Yu-Gi-Oh!-Teile für den GC spastig? Spastig einfach. Sie sind nicht teuer. Keine Ahnung, ich habe sie nie gespielt. Ich habe nicht so viele Yu-Gi-Oh!-Spiele gespielt. Jetzt aber ein S-Rank, oder? Obwohl, ich habe mich wieder einmal treffen lassen. B, Dragon Zombie. Wir haben schon mal einen. Vielleicht sogar zwei. Mal gucken. Der Shovel-Crusher. Okay, what the fuck ist das für ein Design? Armed with a pair of Shovels. Wo sind das denn? Okay. Ach, das sind wahrscheinlich vom Bagger die Dinger, ne? Ich habe jetzt an Schaufel gedacht. Aber das sind wahrscheinlich... Ja, okay, vom Bagger nennt man die auch Schaufel, ne? Bagger-Schaufel. Bad. 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 Okay. Ähm. Cyberstein. Okay. Blocker. Dragon Zombie. Ja. Ich bräuchte noch einen. Also, man kann ja drei Stück davon haben. Bräuchte noch einen. Ja, Cyberstein hat hier halt keinen Effekt, halt, ne? Im Original hat das ja einen Effekt und das ist ja eine recht starke Karte gewesen. So, ja, was schmeißen wir raus? Was schmeißen wir raus? Was schmeißen wir raus? Wer warst du nochmal? Ein Girl. Ja, ich könnte... Die Trash-Drachen rauswerfen. Aber vorher... Ich habe halt noch immer noch die Beasts da drin, die mir nicht so viel bringen. Ja, aber die kann man mit Feuer und mit Frau gut von kombinieren. Ja, ich lasse jetzt mal drin. Wir machen mal... Vor allem der hier. Das ist ja ein Raptor. Den könnte ich vielleicht auch von Raptor Rex bekommen. Wenn ich ihn auf S mache. Vielleicht bekomme ich ihn da. Ähm. Ja, wir packen mal den Yamato Dragon raus. Oh. Dragon Zombie. So, nochmal Free Duel. Was war der Effekt? Ich glaube irgendwie, dass du Fallenkarten zerstören konntest und damit dann irgendwie... Die Lebenspunkte von dem Gegner irgendwie... Irgendwas mit Lebenspunkten konntest du machen. Und Fallenkarten, glaube ich. Ähm. Ja, man nimmt den hier hin. 5k Lebenspunkte zahlen für ein Monster. Oh, okay. Ja, dann bin ich komplett raus. Ich hatte aber irgendwie das im Kopf gehabt, dass man irgendwie Fallenkarten zerstören konnte. Und... Oder so. Und danach dafür dein Leben abziehen. Vielleicht verwechsel ich das mit einer anderen Card. Okay. Schau mal. Ein beschissener Start. Ja, wohl. Neko Girl. Ist okay. Er ist okay. Aber ja, 5k Lebenspunkte zahlen und einen Monster aus dem Spezialdeck beschwören. Not bad. War das ein Flip? Flip-Beschwörung oder was war das? Äh, Zombie-Drache? Wir haben den Zombie-Drachen noch gar nicht gesehen, wie der in 3D aussieht. Ich hoffe, er tötet ihn jetzt nicht. Er tötet ihn. Dummer Wichser. Ich bin Bandit-Keep, ich bin Hund. Noch ein Neko Girl? Ich finde, die sieht so übelst nach Dingens aus. Sie sieht übelst nach Shin Megami Tensei aus, oder? Sie schreit einfach Shin Megami Tensei. Die müssen wir uns auch gleich in 3D anschauen. Haben wir ihn auch noch nicht gesehen. Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm. Was geht ab? Junge, was hat die für einen Schwanz? Junge, die hat noch Flügel. Was ist das für ein hässliches Viech? Wieso hat die so Feenflügel? Und in einen komischen... einen komischen... Hä? What the fuck? Okay, cooler Flip. Okay. Ey, ey, ey! Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Größer als meiner? Hologara! Mittelmorph, Invisal Wire, Skull Servant, Dragon Zombie. Okay, wir haben den letzten Dragon Zombie bekommen. Okay, ähm, ja, dann... Wieder Raptor und versuchen bei dem einen guten Run zu bekommen für den Drachen, äh, Drachen, ähm, Raptor. Ähm, ja, was packen wir raus? Ich würde wieder so ein Yamato-Ding rausnehmen. So, ja, ich habe jetzt drei Drachen-Zombies. Oh, er hat mir sogar zwei Drachen-Zombies auf einmal gegeben. So, okay, ähm... Ja, 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 ja. Meine Mama hat gesagt, ich bin ein Gesagstalent. Und meine Mama lügt mich nicht an. Hm, hm, hm. Ja, Feuer und Drach hat ja nicht funktioniert. Feuer und Lady, glaube ich, funktioniert auch nicht. Feuer und Fee? Feuer und Magier? Ich glaube, Feuer und Lady geht nicht. Aber vielleicht Feuer und Magier? Drecks Game. Deine Mama ist eine sehr nette Person. Ja. Das stimmt. Woher weißt du das? Bleats, 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 Bleats. Ja, Bleats. Und damit können wir den Löwen machen. Ne, das war der andere. Ich verwechsel das immer. Stimmt. Ah, ist rot! Noch geschafft. Drache und Magier funktioniert? Yeah, 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 yeah. Ich vertraue dir. Du Lügner. Ja. Button hinweg! Was ist denn, war das ein schneller Zug, Mann? Hä? 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 War die Schlange kein Donner? Hä? Hä? Das war doch so ne Donnerschlange! Und dann hab ich nen Donner drauf, äh, nen Drachen draufgepackt. Wieso kam jetzt irgendein hässliches Viech raus? Junge, wer bist du denn? Aha! Geiler Pilz! Ne, die Drachen, der Drachenpart war der Drachenzombie. Der ist hundertprozentig ein Drache. Aber ich brauchte ja noch nen Blitzpart für den Doppelköpfigen. Und ich dachte, der Blitzpart ist halt die fucking Donnerschlange. Und da hat irgendwie, das Zombie hatte wohl irgendwie in dem Moment Prio gehabt. Wieso auch immer. Wieso auch immer. P�Pi, war ein Cosplay? Die sieht doch aus wie etwas, was du cosplayen würdest, oder? Pew, pew, pew! Perfekt. Junge, die ist hässlich. Schade. Wieso war das gemein von mir? Ich weiß nur, Poppy trägt immer pinke, äh, pinke Kleider. Und das sind pinke Kleider. War das gemein. Die sieht aus wie eine Insektenfrau. Hallo, sie ist eine Magierin. Äh... Okay, C-Rang. Ja, dann halt... Rosa... Ist doch das gleiche, Digga. Ähm... Ja, ich würde gerne mal einen guten Rang bei ihm bekommen, um herauszufinden, ob er mir wirklich den Drachen geben kann. Lila war das. Come on, das war doch nicht Lila. Das war mehr pink oder rosa als Lila. Okay, alle Drachen sind da. Es geht doch bestimmt... Ne, da habe ich ja keinen Blitz. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Kann man hier das Magical Girl eigentlich fusionieren? Weiß das jemand? Wenn ja, gib mir das Rezept dafür. Ich will das Magical Girl in 3D sehen. Ja, 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 ja. Oh, mein Gott. Oh, was passiert da? Solide Mickey-Stimme Juhu Ne, das war Mario, fuck Alles das gleiche Drache mit Drache Wieso hab ich nicht den starken Drachen Als hintenrum benutzt Mario ist gegen den Marz Die gute Nintendo-Welt Ja Ja Bring mir nichts, aber hey Das ist doch bestimmt jetzt auch mindestens A, oder? Ja Liquid Beast Crawling Dragon War das der Crawling Dragon oder hieß der Dragon? Raptor Dragon Burgle Urabi Ich weiß nicht, ob das der war Crawling Dragon Crawling Masken Das ist er Das ist er Das ist er Perfekt So, okay Dann nehmen wir nochmal Den kleinen Baby Komischen Baby Drachen raus Der ist zwar süß Aber Der Crawling Dragon ist süßer Ich hab sogar zwei Stück bekommen Perfekt Dann sind wir mit dem auch jetzt durch, Leute Ähm Weiß zufällig jemand Ob es irgendeinen Einen Gegner gibt Der viele Blitzviecher droppt Blitzviecher Blitzkarten droppt Weiß es jemand so für mich? Ansonsten wurde mir noch Äh Vorgeschlagen Ähm Pegasus zu grinden Der gibt wohl Ziemlich gute Ähm Ausrüstungskarten Damit Phoenix Scheiße Ich darf Bei jedem Keinen Dingens benutzen Kein Merkur Weiß nur Welcher Magier Die später Gute Karten Droppen kann Welcher? Mh 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 Uh Baby Pegasus Kriegt gerade Komplett aufs Maul Das ist wieder sowas von S-Rank Da brauche ich eigentlich nichts machen Die stärkste Nee Die stärkste Karte ist es nicht Aber ist eine Karte Die sehr stark ist Und sehr einfach ist Zu fusionieren Aber die stärkste ist es nicht Dick Winged Dragon Beaver Warrior Will me Will me Wicked Dragon With the Ersatz Head Okay Gucken wir uns mal kurz an Hab gerade mal gegoogelt Der zweite Villager Gibt Blitzmonster Was für Villager Digga Was für Villager Erstmal Minecraft City suchen Wolf Einfach nur Wolf Hier Ist sogar ein Dragon Aber den hab ich schon Wo ist der Ersatz Head Will me Will Will me Irgendjemand Das ist leider kein Drache Also es steht Drache Könnte sein Dass unser Drache funktioniert Aber Er ist eh zu schwach Zu schwach Dick Beak Die haben das falsch geschrieben Leute Die müssen das B und Das B und D tauschen Einfach Comedy Legende So Ja Ähm Hieß es nicht irgendwie Er gibt mir geile Karten Wenn ich ihn Geil mache Können wir noch mal probieren Der soll mir doch Gule 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 Verzauberungskarten geben Ist wahrscheinlich der Irgendwelche Irgendwie diese Plep Gegner In Ja in einem Dorf halt Ne Äh In dem Challenge Du Duell Raumgebiet Du Duell 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 Grounds Ja das war gerade S S rank Ich habe ihn gerade auf S gemacht Äh ich müsste noch zu dem Dorf kommen Ja Aber ich weiß halt nicht ob sie Das ist ja schon jetzt Ähm Etwas später In der Zeit Ob sie da noch immer vorkommen Sie waren am Anfang im Spiel Auf jeden Fall da Ich muss mal gleich gucken Pegasas Haha Da ist der Meteor Drache Oha Jetzt brauchen wir noch einen B Drachen Und dann kriegen wir einen Meteor B Drachen Junge der wird gerade komplett gelöscht Der wird gerade einfach komplett gelöscht Der hat gar keinen Bock Er freut sich auf jeden Fall gerade Dass es ein Free Duel ist Das sollte jetzt wieder S sein Jetzt ist A Black Lamp Fire Dragon Gate Deak Ah irgendeinen Panda bekommen Das sind ja gerade noch Gegner Ähm Das sind ja Re Rematches Deshalb sind sie einfacher Weil das sind halt Gegner die schon Ähm Einige einige Duelle Vorher schon kamen Und dementsprechend um einiges einfacher sind Als aktuelle Duelle Na den hab ich schon Solitude Gate Deak Da ist der Panda Ach das ist der Baby Dragon Der ist cute Dark Fire Dragon Oh das ist das Die Karte von Joey Die er benutzt hatte Mit dem Krieger zusammenkommt Und dann kam der Flammenschwertmann Ja Battle Ochse Is not bad 1700 Ist halt schon Recht starke Karte So Könnte man ganz gut mitnehmen Für Für wenn wir gegen den Gras Typen kämpfen Dann hat er schon direkt Ohne irgendeine Fusion Schon 2200 Angriff Oh guck mal Ein Blitz Was Wie ein Blitz Wie ich wieder bekomme Black Lamp Fire Dragon Ach Schaden 1500 Die müssen mindestens 1600 Die Drachen haben Das ist sad Aber ich hab bestimmt noch Beschissenere Drachen am Start Oder die ich rauspacken könnte Jetzt Nö 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 Aber ich hab generell Nicht so viele Drachen Oder Ich könnte mehr Drachen Vertragen Ich hab den Komuri Drachen Ich könnte vielleicht ein paar Von den Ladies rausnehmen Ich hab halt drei Drei davon Den Crawling Dragons Und drei von den Drachen Zombies Ist perfekt Oder Das ist die ganzen Drachen Zombies Dass meine ganzen Drachen Die stark genug sind Für den Zwillingskopf Donner Drachen Alle keine Drachen sind Eigentlich Der ist eigentlich ein Zombie Und der andere ist ein Raptor Banger Game Ähm Ja Ice Water Water Dragon Fairy Ja ich könnte Frauen rausnehmen Die ein Element haben Der Das scheiße ist Weil mit Wasser Kann ich glaube ich Nicht so viel anstellen Mit Magie Kann ich halt auch Super wenig anstellen Wir machen mal hier So eine Angel Witch raus Und nehmen mal noch So einen Black Land Fire Dragon rein Turtle Raccoon Ja der ist nice Magier der Wiesen Ist auch der Magier Der gute Karten Droppt Ah okay Ähm Ja Stimmt Ich wollte in das Dorf Wegen den Blitz Viechern Moment ich habe gerade auch Ein Blitzviech bekommen Das ist so schade Dass man mit Frauen Nicht mit Blitz kombinieren kann Dass es keine coole Kombination Mit Frauen Blitz gibt Ne Ja Ähm Machen wir die Frau raus Und Machen wir den hier wieder ran So Davon habe ich jetzt sogar schon Drei drin Von diesen Blitzdingern Funktioniert das eigentlich Visa versa Mit den Attacks Zum Beispiel wenn ich jetzt Einen Einen schwachen Drachen nehme Aber dafür Einen Donner Donner Karte nehme Mit 1600 Würde dann auch Der Doppelköpfige rauskommen Oder muss der Drachen Part Der starke sein Weiß das jemand Das würde auch gehen Okay Ich wollte nicht Deck bilden Ich wollte hier raus Leave the shop Äh Ne warte Das war nicht hier Ich musste in den Hiding Hiding Spot Aber Jetzt habe ich Zweimal Pegasus besiegt Auf S Und er hat mir Keine einzige Zauberkarte gegeben Dann müssen ja diese Ähm Ne ich hatte ihn Auf S und A gehabt Einmal ne Dann müsste er ja Super selten Die Karten droppen Die Verstärkungskarten Die ja so Episch und geil sind Was Was ist denn das? Das ist es Das ist es Das place Gibt mir die Creeps Ich wollte eigentlich Ich wollte eigentlich Was ist denn Pau-S und was ist denn Tech-S Es gibt noch in den Rängen an sich noch verschiedene Abstufungen Ja, aber wie unterscheiden die sich jetzt mit Technik und Power Power ist, wenn ich mit sehr viel Mit sehr viel Damage ihn besiege und Tech ist, wenn ich schnell gewinne Okay, Leute Ich bin, glaube ich, hier zu früh Für Technik-Sieg musst du so viele Zauber wie möglich benutzen Oder den Gegner Deck-Out gehen lassen Der hat Pluto Uranus ist gut gegen Pluto Der Phönix hatte keinen Keinen Uranus gehabt, oder? Gucken wir nochmal Schade Junge, was hat er für starke Karten Alles ohne Fusion, Leute Junge Was ist das für ein Scheiß-Scam-Gegner Uranus? Kein Uranus Hey, Zocker Jirai-Gumo Das ist bestimmt Naruto, oder? Warte, bevor ich das mache Äh Das ist Jupiter, oder? Ich glaube, es ist Jupiter Oder? Oder Sat Ne, das ist Saturn Saturn, Mond Pluto, Mond Hat er am Start Ich darf keinen Neptun benutzen Am besten Kein Kein Uranus benutzen Und kein Venus Perfekt Hoodman, was geht ab? Hi Ihr Splasher Also Oha Fallenkarte Ist gleich mein Drache direkt weg Er hat keine Fallenkarte Okay Okay Noch eine Ich verspüre Angst Okay Das ist eine Fake-Frau Leute, ich habe eine Fake-Frau am Deck Die muss raus Das ist keine Frau Ice-Water Oh shit Er hat denselben Am Start Ich brauche Raigeki Ich brauche Raigeki Oh, die Ist der dumm Junge, ist der dumm Imagine, du bist Ein Trottel Spalte die Trap Erstmal Ähm Ja fuck Ja fuck Was soll ich machen Ich brauche halt Blitz Was soll ich tun? Ja fuck Was soll ich denn da Pluto war okay Was ein Trottel Was ein Trottel Aha Aha Oh nein Mit ihr ob ihr Drache Okay Ich brauche Blitz Komm schon Ich muss Karten loswerden Wenn ein Blitz endlich kommt Fuck Er würde 500 bekommen Ich schaffe ihn noch Was Die E1 im Spiel geht immer in Verteidigung Wenn die Monster den gleichen Attack Wert haben Ja das ist komplett dumm Oh mein Gott Ich krieg's nicht Ich krieg keinen Blitz Das kann doch gar nicht sein Hallo ich hab so viel Blitz Ficken Okay Das ist okay Ich kann die Cyber Fusion zweimal haben Ja Oh no Ach schon wieder der Okay das ist okay Das ist okay Na endlich So jetzt können wir aufräumen Ich glaube voll an die Karten Ich bin eins mit dem Herz Und mit den Karten Ja diese Echse mit dieser Kanone Die hatte Yugi auch im Anime gehabt Hallo Mango Nativ Das ist ja ein wildes Feld Ne die andere Die Blitz Dann hab ich keine Ahnung Ich weiß auf jeden Fall Yugi hat im Anime Diese Kanone Diese Shitkrötenkanone Die wär ganz nice Alter das ist doch einer dieser Ähm Pokémon oder Regi Ice Regi Schmeiß Regi Fries Oh da vorne gab's auch drei Karten Und dann konnte man die so kombinieren Zu einer Karte Ne Und dann war das irgendwie so eine Karte Irgendwie 3200 Angriff hatte Oder so ne Die drei Teile des Torwächtes Genau ja 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 Das war geil Die hießen mir alle Sangan Mangan Schmangan Oder so Drei Elemente Oder so Yeah Yeah Frog the Jam Geil 3850 Oha You cannot hope to survive this Labyrinth Look ignore this guy Let's move on Kann ich rausgehen Go left Ich muss weitergehen Go left Go right Chat Eins für rechts Zwei für links Eins für rechts Zwei für links Zwei 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 Eins Zwei 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 Okay Seid für zwei Dann gehen wir nach links Willkommen Ich hoffe Du bist bereit Ich bin ein ganz anderer Er müsste noch so ne Schnauze haben Not you guys again Okay go show him Who's boss Er bräuchte noch so ne Schnauze Eigentlich Was hat er denn so gegeben Monster tamer Oha Dragon statue Oha Das wurde auch Hat jemand letztes Mal gesagt Dass es auch als Drache gilt Aber ist ne schwache Drachenkarte Leider Schon wieder dieser Blackland Fire Dragon The Snake Air Shadow Ghoul Oh der hatte den Shadow Ghoul Wall Oder so Shadow Wall Der hatte ja Shadow Wall war ja um Einiges stärker Als das Ding hier Der Little Sword Awww Cute Jaiba Robo Okay Frog up the jam Dragon Piper Okay Wenn der jetzt das gleiche Deck hat Wie der erste Nur mit Wasser Wind Statt Elektro Würde ich lachen Das sind die Torwächter Bestimmt haben die alle dieselben Dieselben Und dann kommt der finale Gegner Der kann alle kombinieren Und dann hat er diesen Torwächter Boss Gegner Huuu OHHHHH Scheiße Scheiße Ja ich brauche Aegeki Ich würde ihn gerne in 3D sehen Vor allem hat er den ohne Fusion gelegt Einfach so Dämlicher Big Okay wir machen jetzt den Meteor B Drachen Let's go Bam Und Bam Ah ich hätte angreifen sollen Damit wir den 3D sehen können Jetzt habe ich verloren Suiji Hat der Meteor B Drache nicht 3800 oder war das 500 500 ne Der legt halt einfach eine Karte ohne Fusion mit 3750 Halt die Fresse Keiner mag dich Deine Glatze ist hässlich Ich habe es ihm gegeben Ja guuuuut Ja guuuuut Ja guuuuut Ähm Wie wäre es wenn wir ein paar Schreine machen Oder ich muss Pegasus auf A-Tag machen Äh S-Tag A-Tag Was auch immer Ähm Ja wir können auch noch Einen anderen Schrein abchecken Mido Schrein Mountain Schrein Können wir auch mal abchecken Kann man dem Blue Eyes Ultimate Dragon auch Also während dem Spiel das auch Die Karte einfach so legen Ohne Fusion Ja ich wusste nicht dass man da Also was da ist Ich wollte ja eigentlich nur in den Hinding Ground gehen Um halt Äh Dingens zu treffen Shit Ja ich habe Blitz und Drache Aber Ich glaube Gegen Wasser und Drache Gegen Wasser und Drache Shit Wasser und Drache geht Okay Ah die kommt dann Was wird er wohl für ein Element haben Wenn ich Pluto Meint ihr er wird Uranus haben Oder Sonne Er wird bestimmt Uranus haben Ich gehe nicht Atech brauchst du 15 Fusionen Eine Falle Ein Feldzauber Ein Ausrüstungszauber Und 5 effektive Angriffe Also Monster in Angriffsposition angreifen Was Fake Girl mit richtigem Girl Schade Schade Ach komm schon Fuck Kann ich nochmal zurückziehen Ich glaube die hatten keine Monde Oder Was hat der für bisher benutzt Ich habe gar nicht drauf geachtet Der benutzt bisher Saturn Saturn Saturns Schwäche ist Jupiter Also wenn man jetzt hier 1 Drache Mit Donner und Drache macht Zählt das als 3 Fusionen Wow Okay Aber wieso Sind das nicht dann 2 Fusionen Aber okay wenn du sagst Aber ja 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 Die 15 Fusionen Wären dann eigentlich okay Aber Ich meine Feldzauber ist auch okay Wenn ich dann so Die Fusionen so spammen muss Geht das ja auch 5 effektive Angriffe Das klingt halt echt Wild Ich muss ihn dann Baiten Die ganze Zeit Es sind doch 2 Okay Was ist A-Tag 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 ist wenn du Einen Ich habe jetzt ein Pau Pau bekommen Pau B-Rank Und es gibt noch Tag Und Tag bedeutet wenn du den Gegner Technisch gut besiegst Und Pau ist glaube ich wenn du einfach ganz normal besiegst Einfach töten So Ich bin der Protektor Was hat er mir denn ein paar Haufen Müll gegeben Tja Saturn war okay Der hat mir einfach Einfach nur Kot in die Hand gelegt Scheiße Leute Scheiße Ich will Regeki noch nicht opfern Zum Glück Okay vielleicht müssen wir Regeki opfern Obwohl Bei Mountain Ne was ein Trottel Was ist das für ein Typ Bei Mountain ist meine Mein Drache Eh stärker als seiner Ah da 3500 Oh shit Okay dann ist okay Dann ist er nicht dumm Aber er hätte mich ruhig angreifen können Dann machen wir jetzt Regeki Denke ich Der hat auch Sangha auf der Thunder Junge 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 Ähm ja Regeki So So Girl Und Stein Es ist weird Dass halt Dass Dass Stein Girl Keinen Bonus bekommt Das ist Stein Obwohl Stein Ist wahrscheinlich Ist der wahrscheinlich Im Desert gut Ne Geier Geier Der Dragon Champion In Sahne Alter Ja Erstmal den Jungen Ein bisschen abfacken Soll ein Zug verschwenden Das Feld wieder zu wechseln Viel Spaß Viel Spaß Digi Erstmal KI austricksen Jetzt wird er eine Mountain Karte legen oder? Nee tatsächlich nicht So ich brauche mindestens 1900er Karte Ähm es glaube ich gab kein Gibt es ein Blitz Beast Ich bin mir nicht sicher Schade Jo Der war ja nice Spiel man das Spiel eigentlich auf einem Emulator oder gibt es das zu kaufen? PS1 Kannst du auch auf Ebay irgendwo bei Leuten abkaufen und dann original auf der PS1 spielen Jo Wer bist du denn? Wir gucken uns in 3D an Der sieht der Bad aus Oh, hätte er denn noch Mountain? Hätte er noch Mountain, dann... Ne, hätte er trotzdem nicht gewonnen. Dann hätte er 100 Angriff zu wenig. Yo, der sieht cool aus. Der sieht actually cool aus. Mal eine Karte, die in 3D nicht komplett scheiße aussieht. Einfach Renekton Skin. Ich denke nicht, dass eine PS1 wirklich teuer ist. Die kriegst du, glaube ich, ganz gut. Für gutes Geld. Gewonnen! Ich habe Schrein geschafft! Endlich Progres heute! So! Ja, Big Insekt, Alter. Was sagt er dazu, hä? How could this be? Me? Defeated? Löscht dich, Digga. Okay, go. Gets the Millennium Ring. Okay. Ähm, ich gehe speichern. Ja, wenn du PS2 für denselben Preis bekommst wie eine PS1, dann ja lieber eine PS2 kaufen. Äh, erstmal ein Bilddeck. Mal gucken, was er gegeben hat für Karten. Ob sich da irgendwas lohnt. Marvellous! Jellyfish! Oha! Cute! Queen Bird! Oh! Könnte ich mit einem meiner Birds vielleicht tauschen. 2000 Verteidigung ist not bad. Yo, was ist das denn hier? Wing Eagle! 1800! Not bad! Mechanical! Okay! Ansatsu! Sick! Blocker! Bean Soldier! Bean Soldier! Ähm, ja, ich überlege gerade. Soll ich vielleicht die zwei starken Krieger reinpacken, die ich jetzt... Moment, der ist Blitz. Den nehmen wir noch mit rein. Soll ich vielleicht, ähm, die starken Krieger reinnehmen, die ich gefunden habe? Für den, ähm, für den Grastypen? Ja, ich kann langsam, glaube ich, die ganzen... Die ganzen Bestien rausnehmen, ne? Und das... Na, Feuer ist noch okay. Bestien. Mit Bestien mach ich nur Löwen, die nur 2100 haben. Oder Neko-Girls, die nur 1900 haben. Ich glaube, ich kann langsam die Bestien rausnehmen. Dann packen wir, ähm, den Blitz-Typen rein. Und den Mechanical-Boy reinnehmen. Oh, wo ist er mich da? So, dann... Vielleicht noch die Ratte rausnehmen. Und nochmal den starken Bird reinnehmen. Oh, ich hab nochmal den Mechanical-Boy. Ja, ich hab schon recht viel mechanisches Zeug. Nehmen nochmal Queen-Bird rein. So, okay, ähm... Ja, ich überlege gerade... Wo sind meine Krieger? Dass ich für den Graskämpfer hier... Den reinnehme. Weil auf dem Gras würde er dann 2200 haben. Der halt auch. Hier, Battle... Der würde auch 2200 haben. Ob ich die vielleicht reinnehme. Ob sich das überhaupt lohnt. Oder ob seine Karten immer um einiges stärker sind. Ja, wir gehen erstmal so rein. Ich speichere nochmal. Stimmt, das Fake-Girl muss noch raus. Wir müssen noch das Fake-Girl rausnehmen, Leute. Bei so alten Konsolenspielen gibt es manchmal seltsame Preise. Entweder richtig billig oder teilweise noch Original-Preise. Ja, vor allem bei Nintendo ist es immer sehr schlimm. Da ist immer einiges sehr, sehr teuer. So, sie war... Das Fake-Girl war Wasser, ne? Äh, hier, Ice-Water. Das ist ein Fake... Ne, nicht die. Hä, war die nicht... Oder hab ich die schon raus? Oder war das... Ne, die war Fake, ne? Ice-Water war Fake. So... Ähm... Habe ich mittlerweile drei Umis? Habe ich eine dritte Umi gefunden mittlerweile? Oh mein Gott. Wieso geht das noch weiter nach unten? Ich hab noch... Ne, hab ich nicht. Schade. Aber ich könnte auch Mountain reinnehmen. Mountain ist auch gut. Nehm einmal Mountain rein. Äh, Mountain ist auch gut. So, dann speichere ich kurz... Ne, 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 ne. Eins der besten Yu-Gi-Oh! Spieltitel und dann hat das nicht mal die Yu-Gi-Oh!-Regeln, oder? Crazy. Ich frage mich, ob die Attacken unterschiedlich sind, je nachdem, welche Steinzeichen man verwendet. Ich habe mich schon gefragt, ob die Angriffe random sind oder ob es irgendwie ein Muster gibt. Aber ja, es könnte vielleicht sein, dass es an den Elementen liegt. Was für ein Angriff kommt. Das kann sein. Weiß ich gar nicht. Okay, let's go. Was eine scheiß Hand. Vielleicht bringe ich ihn dazu, seinen Zug zu verschwenden. Geil. Ja, die wird gleich fett aufs Maul gekommen. Junge. Empress Judge. Die will ich in 3D sehen. Die will ich in 3D sehen, Chat. Moment. Was für ein Element hat die? Uranus ist gut gegen Pluto. Ich darf auf keinen Fall Pluto benutzen bei meinem Boy. So, gucken wir uns das mal in 3D an. Chat! Hosen aus! Frau kommt! Geil, ey. Denk dran, Pluto nutzen. Wisch dich. Poppy? Cosplay? Du hast doch eine rote Haarperücke. Frau und sie hat Uranus als Sternzeichen. Traum werden, Träume werden wahr. Das ist schon eher mein Vibe. Aber das war doch lila! Hä? Das ist doch voll hässlich. Ist lila. Aber sie hat ein geiles Kleid, okay? Achso. Was? Der hieß ja gerade Rabbit Horseman? Hasenpferdemann? Oha! Gilt hier. Der D-Knight. Meine Rote Wig ist aber zu kurz dafür. Da ist nur ein Bob. Achso. BilliBiBiBiBiBii... BibiBiBiBiBiBiBiBiBiBiBiBiBiBiBiBiBiBiBi... Mars, ist okay. Kegi spielt Spiele, wo er lesen muss. Nee, das ist ja das Geile. Das ist das geilste Yu-Gi-Oh!-Spiel, weil man muss sie nicht lesen. Shadow Spectre, oh shit. Mal gucken, was er für Karten gegeben hat. Also du meinst, der Magier, nicht der, der danach kommt, gibt die guten Karten? Yoho! Ich bin der Garten der Pläne und ich bin der Highmage Kepura. Du bist der Protektor der Lichter, der Chef des Millenium-Puzzles. Unser Millenium-Item ist nicht für die Liebe von dir. Es muss nie deinem sein sein. Das Millenium-Item ist Master Heishins und unser Geil für Welt-Domination. Erstens werde ich dich verletzen. Dann werde ich dein Millenium-Puzzle nehmen und es offeren zu Master Heishins. vorbereiten, um dich selbst zu unterstützen. Okay, ja, das war der Magier, okay. Cool, Flowerwolf. Gurugashi, Masked of Darkness. Aber wahrscheinlich muss man den auch auf Tag oder so machen, oder? Und was kann er denn für geile Karten geben, zum Beispiel? Weshalb man gegen ihn... Oh, der ist so cool. Weshalb man gegen ihn kämpfen will. Jooooooo, wieso so stark? Bruh? Er kann Meteor B-Drachen geben. Also die Zutaten für Meteor B-Drache, oder? Und nicht direkt den Meteor B-Drachen. Okay, P.O.S. klingt schon geil. P.O.S. macht Spaß. Direkt! Jo, Leute, wir grinden den gleich komplett weg. Wir grinden den gleich komplett weg. Äh, ja, ich überlege gerade vielleicht, für das Duell den Warrior hier reinzunehmen. 1.900 ist halt echt gut. Ähm... Welches Element kann man gut mit Warrior kombinieren, Leute? Ich glaube, Frauen und Warrior waren nicht so gut, ne? Ich glaube, wenn dann... Ich weiß nicht mal, was man gut kombinieren kann. Gibt es das überhaupt irgendwas Gutes mit Warrior? Weil Feuer, Feuer, Warrior, dann kommt ja der andere Ritter raus, der schwach ist. Aber gibt es irgendwie starke Warrior? Heishin kenne ich aus Yu-Gi-Oh! Königreich der Illusion. Eigentlich echt cool, dass die Gegner in den Yu-Gi-Oh! Games in der Vergangenheit gleich bleiben. Ja, es gab ja auch nen Anime aus, äh, ne Anime-Chapter, äh, ne Season, Chapter-Kapitel-Anime-Season, wo man, wo es auch so ne Vergangenheit war. War da auch Heishin als Bösewicht? Da kam die ja nicht vor! Oh, Leute. Dann sind das komplett spieleigene Typen, äh, Charaktere. Komplett nur im Gaming-Universe unterwegs. Können vielleicht noch so nen Bird rausnehmen und dann nochmal hier den 1800er reinnehmen. So. Ne, warte, Beast ist nicht gut auf Wiese, oder? Beast ist nicht gut auf Wiese. Wir nehmen noch so nen Anatsu rein, oder so nen Battle-Ox. Okeay. Mars? Er wird keinen Neptun haben! 100 was ein hässlicher drache 100 mehr was hat er für ein element sonne ich darf keinen mond auf jeden fall benutzen was das mechanische ding war zu stark wahrscheinlich das mechanische ding war zu stark oh mein gott wird deswegen verlieren jetzt das duell ich hätte die pflanzen frau nehmen sollen dann hätte ich den pflanzendrachen gehabt oh mann okay perfekt so ich darf nicht mond nehmen so ich muss so schnell wie möglich irgendwie das feld wechseln damit ich über 3k damage komme er wird safe irgendwas stärkeres haben als 2 8 wird safe irgendwas schwer stärkeres haben was mache ich jetzt ich will regeke nicht verschwenden ja ich muss karten loswerden weiter Herbstfrau mit Herbstfrau ergibt, boom, super Herbstfrau schon Kommt er nochmal, Serio? Ne, Kaiser Drache Der wird gleich aussehen wie eine lange Nudel Von der Farbe her Eine sicke lange Nudel Junge, was sind das für Arme Das ist keine leckere Nudel Das ist keine leckere Nudel Der arme Kaiser Falle? Keine Falle Deiner hat nicht mal Arme Er braucht keine Arme Er hat einen dicken Horn Dickes Horn Das braucht er Jo, er greift nicht an Wenn er jetzt nichts gefährliches macht Hab ich gewonnen Aber macht er nicht Okay, gewonnen Easy Nächstes Schreien weg Haha, lol Fallenkarte Erwischt, Digga Ein bisschen probieren Oha Not bad Ja normalerweise ist immer Spieler 1 blau Und generell rotzimmer böse Ja, weg Weg mit dem nächsten Schreien, Leute Gib her mit deinem Millennium Item Der ist nicht fröhlich Der ist nicht amused So, this is the power of light Was für light Hey Shin, my lord I have failed you Was für light, Junge Okay, go Get's the Millennium Eye Er konnte nicht in meiner Karten sehen Lol, obwohl er das Millennium Eye hatte Was ein Trottel Äh, ja Nein Nein Aber wieso ist hier ein Gegner? Hab ich nicht den Seaschrein schon fertig? Ich hab mich verklickt Hatte ich den Seaschrein nicht schon fertig, Leute? Wieso kommt hier noch mehr Gegner? Oha The Flame Swordsman Fuck Jetzt darf ich nicht verlieren Sonst muss ich den, äh Fuck, ey Fuck Ich dräng dich halt an Ja, ich kann mich so viel anstrengen, wie ich will Wenn ich Pech habe Mit dem Karten ziehen Und er glückt Dann bin ich halt raus, ne? Ja, Wasser ist gut für mich Aber ich kann auch Pech haben, ne? Das ist das Problem Ich nehm mal noch zur Not Oha, da hab ich noch Blitz Ich hab keinen Blitz Ja, ich nehm noch einen mechanischen rein Äh Der darf nicht zu stark sein Und hier Den hier rein Und noch einen Drachen Und Hier wollte ich den Ja, doch, so reicht Okay So Der Gegner sieht eh nix Der kann auch nicht Aber er spürt seine Karten Er muss nichts sehen Shit, ey Shit, ey Hä? Ich bin so dumm Wieso mach ich das? Leute, ich verliere Wieso hab ich Vogel mit Stein gemacht? Why am I bad? Und er greift einfach nicht an Und er greift einfach nicht an, Leute Ich muss kartenlos werden Ich hätte die Frau einfach mit dem Stein kombinieren sollen Da ist wahrscheinlich eh was Starkes Er greift nicht an, Leute Er greift nicht an, Leute Er greift nicht an Okay, jetzt kommt Damage Okay, da ist mein Drache, Leute Mein Raptoren-Drache Okay Okay, ähm Pluto müsste okay sein Ja, weil er Neptun hat Okay, let's go Dann räumen wir mal auf Ach ja Der Ancient Jar Erster Zug Brillant Alles geplant Um die KI ein bisschen auszutricksen Alles geplant Pluto Ähm Ähm Wie viele Schreine fehlen mir denn noch? Aber wieso kommen hier noch mal Gegner, Leute? Hab ich den Ich hab doch den Seeschrein letzte Woche gemacht Oder hab ich's verkackt? Ich muss doch Ich weiß jetzt nicht, ob ich weitergehen sollte Ich sollte nicht weitergehen Egal, ob ich den schon geschafft habe oder nicht Ich sollte nicht weitergehen Ich hab den Den Grastypen besiegt Ich hab heute schon den Seeschrein gemacht Und hab direkt verloren? Hab ich nicht letzte Woche Sea und Desert gemacht? Nee, ich hab Forest und Desert letzte Woche gemacht Ja, was meinst du? Soll ich weitergehen oder aufgeben? Erstmal zurück Und speichern Gras Ich hatte halt bei Gras echt viel Glück gehabt Wir sollten zurückgehen, glaub ich Komm, wir gehen zurück Ich schaff den nochmal Ja, back lieber zurück Ja Allein schon für Meteor Drachen Erstmal Meteor B Drachen Grand Ich muss ihn nur auf Pau S schaffen Das sollte doch kein Problem sein, oder? Wenn ich Glück habe Irgendwas Interessantes bekommen Oh Da Da haben wir was Interessantes Noch ein? Nee Okay Ja Ich pack mal den Blitz Boy rein Wir packen mal Was Mechanisches raus Ich glaub ich hab sehr viel Schon Mechanik Kram Den hier packen wir raus Der ist zu stark Imagine Karten rausnehmen Weil sie zu stark sind Ist die Wahrscheinlichkeit hoch Dass er ein Meteor Drachen Gibt Ja mit der 15 Karten Mod Welcher war das denn jetzt? Forest? Mido? Mido war das, ne? Kriege ich jetzt schon ein OP Deck Es geht Ich hab noch kein Meteor B Drachen Aber ich krieg jetzt ein Meteor B Drachen, oder? Ja wow Was geht hier ab? Jo Jo Wenn man in Free Duel macht Hat er kein Feld Zauber Angenehm Das kann ich nochmal machen Ich mach mir jetzt so lange Bis mein Feld gewinnt Was machst du jetzt, ne? Scheiße, er greift an Wird schon mal kein S, oder? Scheiße, Leute Ich hab nur Kacke in der Hand Danke Danke Ich glaube Pluto war Er hatte keine Er hatte keinen Uranus gehabt, oder? Er hat Uranus Er hat Uranus und Sonne Aber hätte ich Mond gemacht Hätte ich Okay, wir brauchen noch einen Für sein Schild hier Wahrscheinlich ist er irgendwas krasses Ja, ist grad der Wiesenmagier Das ist ne Scheißhahn Oh, okay Beautiful Headhunters Imagine Blitz Pokémon bekommen Ja, ist er jetzt Sein Schild, oder nicht? Wir checken mal ab, ne? Fockchamp Gewonnen Power S Power S Reicht das? C Was sind denn überhaupt Die Bedingungen für Power S Also was generell Ja, was sind die Bedingungen dafür? Jinso Lol Ach, dann nur sieben Der siebener Jinso Was sind die Bedingungen für Power S? Wo ist mein Meteor B-Drache? Oha, Skullbird Spawn Am einfachsten ist, wenn du nicht weniger als 28 Karten übrig hast Okay Und das ist schon 100% Dann S-Rang Fuck Ja, schon mal Phönix Er hatte keine Neptun gehabt Sagen wir zu 99% Okay Wiese Er macht Wiese Nie diese Okay, dann darf ich nicht zu viel wegschmeißen Machen wir Wiese wieder weg Und hoffen, dass ich gleich Gleich schon Blitz bekomme Ich dachte halt Das hängt irgendwie von den Zügen ab Wie schnell ich so ein Duell beende Fuck Fuck Fuck, fuck, fuck Ja, wird ja wieder nix Da muss ich ja mega Glück haben Ihn den auf S zu bekommen So Äh Nicht Pluto, ne? Fuck Was war das nochmal? Hat der Uranus gehabt oder Sonne? Mond, ne? Okay A reicht auch Hängt von sehr vielen Faktoren ab Biet Anzahl der Züge Live Points Fusion Zauberkarten Und so weiter Okay Ja, es hat gerade Wird schon mal geschrieben Wie man A-Tag bekommt Und das klang sehr, sehr wild Einfach nur Scheiße Einfach nur Scheiße Aber Nein 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 Er hat noch 100 Lebenspunkte Und das war Gleich habe ich 28 Karten noch Scheiße Ich hätte den Drachen legen sollen Ich bin auch dumm Wieso habe ich den anderen gelegt? Der ist doch stärker Wieso lege ich nicht den? Ich trottel B Wenigstens Na, B Kurugashi Okay Ich will jetzt auch nicht zu lange hier machen Wir probieren noch Noch ein, zwei Mal Und dann gehen wir wieder zu den Schreinen Okay Dann gehen wir wieder zu den Schreinen Sogen Ach, das ist Wiese Okay Ja, unlucky, Mann Ja, nicht unlucky Ich bin dumm Sagen wir so Ich hätte den anderen Drachen legen sollen Ist einfach nur dumm gewesen Okay Scheiße Bitte nicht direkt das Schild Komm schon Digi Er macht das, okay Mach Wiese Okay Guter Start Guter Start Schon mal einen guten Damage raushauen Ich habe noch nicht so viel Donner Ich habe noch nicht so viel Donner am Start Ich habe leider noch nicht so viel Donner Irgendjemand hatte vorhin gesagt Wo ich Donner bekomme Aber Ja, ich brauche Umi oder Raigeki Oder Mountain Komm schon Komm schon Und das war irgendein Villager oder so Bei dem ich die Mehr Donner Karten bekomme Aber Ja Ich kann es so Keinen Villager glaube ich Weil wenn ich jetzt Zu den Dueling Grounds gehe Dann führt mich Joey Direkt zum Palast Oh nice Gewonnen Duelmeister K Gibt Donner Oder gibt Sternchips Stimmt Ich kann jetzt Sternchips auch ausgeben Schu 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 Sternchips Ich habe wieder 28 Karten Es wird wieder kein S Oder A Schade Schade Ja noch mehr Karten ausgeben Das ist wahrscheinlich dumm Na egal Ja ich farme 999 999 Sternchips Für den Blue Ice White Dragon Okay Einen machen wir noch Drache Wasser Hexer Drache Wasser Hexer Okay Das ist ganz schön viel Für einen Donner Wow Wow Ich dachte Ich habe gehofft Der macht jetzt wieder Sogen Ich habe nicht darauf geachtet Was er hat Er wird aber keinen Neptun haben Er hat Sonne Okay Okay Das ist Early Das ist Early Schmörli Das gefällt mir Das gefällt mir Ich habe sogar noch Raigeki Leute Das könnte es vielleicht werden Das könnte es vielleicht werden Ich habe nächste Runde Kann ich direkt Raigeki machen Und dann habe ich gewonnen Und dann könnte das ein S sein Aber ich habe Damage bekommen Ich weiß nicht ob das dazu zählt Weil ich Damage bekommen habe Könnte es vielleicht Bist es wahrscheinlich eher nur A Das war ein sehr schnelles Duell Ah Okay Gib mir den Meteor B Drachen Habe ich jetzt direkt bekommen Naja selber Cardpool bei A und S Warrior of Tradition Ist der schon zu stark Aber den Ding kann ich kombinieren Mit schwachen Drachen Yo 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 Wie mache ich jetzt aus Meteor Dragon Ein Meteor B Dragon Feuer drauf Da fehlt das B Ja Aber das ist trotzdem Guter Drache Ich brauche gute Drachen Dann kann ich schon mal Diesen Trash Drachen rausnehmen Den guten Drachen reinnehmen Es gibt nur diese eine Kombination Meteor Drache und Red Ice Das war es Das war es Es gibt keine andere Kombination Möglichkeit Ja Wen nehmen wir noch raus Nehmen wir den raus Okay Jetzt habe ich den Blut geleckt Leute Ich will noch mal Ich will noch mal Gamble Stream Ja Ja ich meine natürlich Also direkt Meteor B Drache Ist nice Aber ich dachte Wenn es vielleicht Mehrere Kombinationen gibt Dass man halt auch Vielleicht Ähm Dann den Meteor Drachen Mit irgendwas anderem kombiniert Dann kommt das auch raus Aber ja Also vielleicht Wenn ich etwas Was ich hier schon im Deck habe Dann wäre es nice Aber ja Sogen Ich hoffe ich kriege jetzt Mountain Oder 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 Dingens Leider keinen Mountain bekommen Ähm Ja Scheiße Leute Ja ich würde gerne Ähm Ich könnte Blumendrachen machen Ähm Äh Jupiter ist nicht Geo Er hat eh kein Mars So Ich brauche so schnell wie möglich Mountain oder Umi Wenn er gleich sein Schild legt Habe ich halt ein Problem Vielleicht habe ich auch Glück Und er hat kein Schild Dann habe ich gewonnen Oh fuck Oh fuck Oh Okay Das geht komplett nach hinten los Das ging komplett nach hinten So So Da muss ich jetzt mal Pluto machen Das ging komplett nach hinten Fuck Fuck Ist das Schild? Es ist Jupiter Es ist nicht das Schild Ach Nein Ich habe gegambelt Ich habe gehofft Sie schafft ihn Dann hätte ich Hätte ich Nee hätte ich nicht gewonnen Hätte ich eh nicht gewonnen Ich habe nur 2800 Ist ja das falsche Feld Ja Das wird kein S Äh kein A Das wird scheiße Hä? Ach Zombie hat Prio Scheiße Zombie hat Prio Nee ich habe noch nichts mit den Sternchips geholt Aber ich werde wahrscheinlich mit den Sternchips mir irgendwas Blitzmäßiges holen Okay einmal machen wir noch Okay Einmal machen wir noch Wir können gleich mal den Sternchips Shop abchecken Ob ich dann irgendwelche coolen Blitzviecher haben kann Und dann gehen wir mit den neuen Blitzviechern rein Empfehlung Irgendwelche Empfehlung Für Blitzviecher Ich meine ich habe letztes Mal geschaut Und man brauchte für Blitzviecher glaube ich mindestens 80 Sterne Oder 70 Und ich hatte glaube ich genau 69 Ab 25? Dann habe ich irgendwas falsch geguckt Ich hatte die Wiki Auf der Wiki damals geguckt Äh Forbidden Memories Memories Passworts Nach Typ Oder es ist ein Viech Was kein Donnertyp hat Aber als Donner funktioniert What the fuck Ist da gerade passiert Thunder Tatsächlich Irgendwas dann falsch Letztes Mal gesehen La La Leon Gibt es Wie so zwei verschiedene Das ist die 2 1 2 1 8 1 Ist der Mega Thunder Ball Und das andere ist 1 5 5 1 0 Kaminari Kaminari Koso Okay Und wieso nicht Den hier Der ist doch billiger Den hier Pikachu soll ich mir holen Okay Ähm Wie viele Sterne habe ich denn? Ach La La gewinnt man öfter Okay Das ist natürlich smart Ach man kann nur einmal Oh lol Ich dachte man kann Äh Okay Dann einfach spammen Alle Punkte dafür ausgeben Schade Wäre auch zu einfach Ne So Okay Und das macht man auch Im Speedrun? Crazy Davon habe ich sogar schon Einen drin Um Deck Ja Was fange ich denn langsam an Rauszunehmen? Ich habe nur noch Ein Feuer drin? Ne Ich habe falsch sortiert Was fange ich denn an Langsam rauszunehmen? Ähm Ich könnte Ähm Ja Aus den Vögeln Mache ich Phönixe Was not bad Ist mit 2300 Ich könnte langsam Die Steine rausnehmen Und die Frauen Aber ich habe halt noch Sehr viele Steine Und Frauen Die mechanischen Dinger Brauche ich ja noch Für die schwachen Drachen Wenn du Feuer rausnimmst Dann auch die Vögel Ja Feuer will ich noch Nicht rausnehmen Ich würde vielleicht Steine rausnehmen Aber mit Steinen Kann ich auch keine Coolen Drachen machen Deshalb würde ich Die Steine rausnehmen Damit kann ich zwar Die Hexen machen Die 2100er Probier echt mal Nur Wasser Drache Donner Hexe Ja stimmt Ich könnte halt auch Der Steindrache Was war nochmal Der Steindrache Es gab einen Steindrache Was gab einen Steindrache Ich meine Wir können theoretisch Probieren Oh fuck Was habe ich jetzt Für Zauber rausgenommen Kann ich Exit einfach Ach stimmt Der Genau Der fällt Ja der mit den 2000 2300 Stimmt 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 Es wird gespeichert Oh lol Fuck Was hatte ich denn Gehabt Ich hatte auf jeden Fall Ah Regeki habe ich Rausgepackt Und Mountain Mountain können wir auch Eigentlich voll machen So Okay Ähm Erstmal die Wichtigen Die wichtigen Drachen So Dann die Die Blitze Alle rein Dann Wo sind meine Raptors Wo sind meine Raptoren Da davon Drei Stück rein Dann die Zombies Wo sind die Zombies Ziemlich weit oben Die Zombie Drachen So Ähm Ja Ich Wie viel Blitz Habe ich drin Jetzt Ich habe Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Elf Blitz Habe ich drin Ähm Ich würde sagen So zwölf Drachen Alle Ähm Alle Donner Sechs Ja Elf sind schon echt Viel an sich Dann habe ich Wie viele Drachen Habe ich dann Ähm Gerade sieben Gerade sieben Dann müsste ich noch Schwächere Drachen Reinnehmen Wie viel Platz Habe ich noch Müsste ich schwächere Drachen reinnehmen Die ich damit Etwas kombinieren kann Ähm Ist ja nicht Scheiß egal Was ich reinnehme Ähm Wie war das nochmal mit den Was hast du gesagt nochmal Kommt Raus Wenn ich Wasser Drache Hexer mache Was kommt denn raus Blitz oder Drache Ähm Donner kommt dann raus Ist aber kein Donner Drache Es ist nur ein Donner Okay dann Ähm Drei schwache Drachen rein Und da drauf Dann Es gab aber Keinen Wasserdrachen Oder Doch diese Schlange Die war glaube ich Auch Wasser Ne Ich könnte jetzt auch Ich könnte jetzt halt auch Ein paar schwache Drachen Reinnehmen Aber Drache Und Hexer Funktioniert nicht Ne Welchen Platz habe ich noch Ich habe noch elf Plätze frei Ähm Ich habe jetzt drei schwache Drachen Weil Was bringt es mir jetzt denn Jetzt noch mehr Donnerviecher zu machen Wenn ich ja schon Recht viel Donner habe Ich brauche jetzt eigentlich Starke Drachen Oder nicht Ich bin mir nicht sicher Es gab doch irgendeine So eine Schlangen Drache So ein Wasser Ding War der nicht stark genug War das der 1500er Du meinst 1500 Da kommt irgendwie so ein Schlangen So ein blaues Schlangenviech raus Was auch ein Drache war So ein hässliches Ding Okay Der hatte nur 1500 Ich dachte da 1600 Fuck Dass der Schaden rein Donnert Ja Ja Aber ich gehe jetzt davon aus Wenn ich jetzt noch Magier Also Hexer und Wasser reinpacke Wenn ich halt Pech habe Habe ich gleich eine volle Hand Nur mit Hexern und Magier Äh Hexern und Wasser Und dann kann ich damit ja gar nichts anfangen Ich habe noch Elf Plätze frei So drei Hexer Dann dreimal Wasser Und jetzt habe ich noch fünf Plätze frei Ich habe Equips Aber die sind nicht so gut Ich glaube keine für Drachen Oder so habe ich Obwohl ich weiß es nicht Die funktionieren teilweise ja für alles Ich habe das hier Das ist ja für Warriors Kann sein dass es auch für Drachen ist Beasts Kann sein dass es auch für Drachen ist Metal Morph Tour Machine Monster Okay Manufactory Das könnte vielleicht auch für Blitzgut sein Aber ne das ist ein Feldzauber Tuneups all Machine Monsters Ich meine Machine Blitz Dieser Insekten Laser Der ist super weird Der funktioniert irgendwie Auf super vielen Gegnern Die Karten Die eigentlich gar keine Insekten sind Das war auch für Warrior Ne Okay es hat zwei Effekte Elfs Light Increased the power of elves With mystical light Book of secrets A magic book for increasing The power of magic users Can be used Bad hearted sorcerers Okay Keine bösen Magier Beastfang wäre gut Habe ich halt nicht ne Habe ich halt nicht Ich können Was habe ich noch für Fallen gehabt Ja das ist Trash Die haben alle zu starke Karten Attack Faktor ist auf immer lower Aluminate Oh das ist komplett scheiße Reflect the damage of direct attack cards Like fire sparks Oh das ist ja komplett scheiße Ja und dann habe ich nichts mehr Mountain habe ich schon voll Umi habe ich Könnte ich noch einen vertragen Schloss des Lichts wäre auch nice Habe ich halt auch nicht ne Ja ähm Ich könnte halt noch ein paar Ähm Ein paar Blumen rein machen Und aus den Blumen Krasse Drachen zu machen Ne wie viele Drachen habe ich jetzt drin Moment Brauche ich überhaupt noch großartig Drachen Hier habe ich 1, 2, 3, 4 Und dann die anderen 10 10 10 Drachen habe ich drin 10 Drachen 11 Donner Und Aus den Ja 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 Aber geht Es geht doch theoretisch auch Drache Donner Und dann nochmal Donner Oder Dann kommt doch dieser Donner Drache Und der hat ja 1600 Das geht auch ne Ja dann kann ich doch theoretisch ganz viele Schwache Drachen noch reinlegen So Okay testen wir mal das Deck aus Neues Deck Leute Testen wir mal aus Für den Meteor B Drachen Das wird ne Katastrophe Hey Escape Es geht ab Du kommst perfekt Zu meinem neuen Deck Wilde neue Camp Position Die habe ich immer bei Yu-Gi-Oh Ja Scheiße Ne Donner Drache Ne Doch Da kommt der 1600er Ja Doch Alles gut Ähm Ja das ist jetzt ein bisschen doof Wenn ich Pech habe und er macht den Richter Dann bin ich weg Ja ich krieg gleich bestimmt noch einen Wir machen das mal Pluto Ja macht wieder Sogen Gute Runde gewastet Finde ich nice Ähm Ja dann machen wir das wieder Ja ohne Sogen kann er nichts Bestimmt Stimmt 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 Sogen Es ist Uranus Es ist das Schild Leute Äh Wie war das jetzt Wasser Drache Magier Wasser Drache Magier Kommt Irgendein Blitzviech raus Aber Wir machen Regeki Weg mit seinem Schild Okay Noch ein Schild Okay Jupiter ist kein Schild Also Wasser Drache Wasser Hexer Ne aber dann kommt er ja Das Ding was da rauskommt Das Ding was da rauskommt Ist ja nur Donner Ne Aber das reicht mir Das reicht mir Yo So ein dickes Ding kommt da raus Aber hier geht es wegen Umi so stark Der ist nur Donner Wie scheiße sieht er aus Wie scheiße sieht er aus Das ist nicht mal Wolken oder so Dankeschön für den Euro Und kleiner Dankeschön für den Zap Das ist ja nur Das ist nicht mal irgendwie Wolken oder so Alter ist das Faul Und scheiße So Das sollte jetzt sogar S sein oder Das war ja Komplette Vernichtung Als ob das kein S ist oder Meteor Drache kommt jetzt dreimal Hoffentlich wird das Sex Ja es wird jetzt ganz viel Sex Was Okay Ich will den in meinem Deck Chat Oha Einfach Yugi jetzt Ähm Tja was mache ich dafür raus Aber will ich den überhaupt haben Ich meine es ist ohne Fusion Eine starke Karte Aber Es ist halt auch nur 2500 Ne Und meine Weder Mountain Äh Weder Mountain noch Umi Bringen was bei ihm Nur 2500 Ja Mountain ist ja auch gut für meine Für meine Drachen Für meine doppelköpfigen Donner Drachen Ja wir können 3G theoretisch rauspacken Danke Der Bart Skull Der Bart Skull Dankeschön Die Sache ist halt die Mit Ähm Mit den Feldkarten Ich weiß halt nicht wie das im Late Game sein wird Ob die NPCs so viele Feldkarten Spammen Das ist ja gerade nur bei den Schreinen ganz nice Ne Aber wenn die halt Sag ich mal später Eh keine Feldkarten machen Sondern hauptsächlich ihre Zauberkarten Für Equipments benutzen Dann Stört mich ja dann nicht so Dass ich so wenig Habe davon Wir können ein Mountain rausnehmen Theoretisch Ich finde den Bart auch Skull Einmal geht noch Okay Im Endgame verstärkst du aber auch Die Drachen deiner Gegner True das stimmt True das stimmt Wenn die dann mit ihren Meteor B Drachen Alle ankommen Dann würde ich ja mit meinem Mit meinem Mountain sie auch stärker machen Das stimmt Okay Ich will den schwarzen Magier Mit dem eiskalten Blick Gerne in Dingen sehen In In 3D Jo wie Trash der spielt Leute Ist das derselbe Typ Der hat gerade echt Schlechtes Kartenglück Das gute schlechte Glück Okay Okay Jetzt mit Jo B Drache A Wie krieg ich denn S Mensch Neue Drache Mit 1600 Nice Okay wir müssen zwei Karten rausnehmen Ich nehme einen schlechten Drachen raus Und dann ein Mountain raus Äh Fakten Falsche Seite Nehmen wir den Drachen rein Und Den hier Skull Knight PogChamp Okay Einmal geht noch Oder Scheiß mal jetzt auf Meteor B Drachen Hast coolere Karten Aber ich will Meteor B Drachen Ich will den in 3D sehen Hat er auch Bart Skull Ganz viel Bart Skull Hat er Okay Das ist jetzt nicht unbedingt Eine optimale Hand Ich könnte einen Blitz machen Aber keinen Drachen Ja ich lege Erstmal das hier Und hoffe dass er Sorgen macht Vielleicht Aber bringt mir aber auch nichts Ich brauche die Mountain eigentlich Okay macht Sorgen Ich brauche eigentlich die Mountain Um ihn Okay perfekt Ne Moment Da kommt ja Blitz raus Moment Wasser und Drache war nicht so geil Warte Wasser Ne warte Ah fuck Also die 3 würden Donner ergeben Und Die 2 Ne das ist ja kein Das ist ja Wasser Scheiße Das ist jetzt echt eine miese Hand Leute So würde ich halt Einen Donner bekommen Warte Ne warte Ne Ich brauche ja den Drachen Ne Moment Ne es geht nicht Wasser Drache Wasser Donner Wasser Drache Dann kommt der 1500er Drache Und wenn ich den Donner drauf packe Warte Denk schneller Ich könnte 1500er Drachen Ne ich habe ja 1500er Drachen Aber kommt dann nochmal Eine 1500er Drache raus Der hat ja schon 1500 Ja Ich teste das einfach mal Der hat 1600 Der hat keine 1500 So jetzt muss ich vor Richter aufpassen Deshalb gehen wir auf Pluto Ich dachte die Schlange hat 1500 Aber die Schlange ist geil Es ist Mond Ich will ihn in 3D sehen Leute Er macht doch bei leerem Feld Sorgen Ja gut Das stimmt Kann ich jetzt mal Verdeckt legen Das ist ja smarter Das stimmt Wieso Hä Okay Oh Hä Okay Junge Der eine ist hässlicher Als der andere Das ist einfach Freezer mit ne Das ist einfach Freezer Mit nem Kleid Mit nem Rock Hey was geht ab Natu Sicker Freezer Free Sicker Freezer Sicker Freezer Okay Let's go Für Den Meteor B Drachen Gleich nächste Runde Umi Und dann gewonnen Oha Gewonnen Gewonnen Mit Your B Drachen Kurugashi Skalberg Ach komm schon Okay Einer geht noch Der letzte Okay Der letzte Der letzte Chat Oh fuck Ich bin wieder Bild Deck Der letzte Try Okay Der letzte Try Ja dann machen wir Story Danach Okay Ach fuck Ich brauche Mond Das ist ne geile Hand Könnte ich Probleme haben Wenn der Richter Bekommen Richter Okay Okay ist kein Richter Okay ist kein Richter Oh 3D Chat 3D 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 Hähchen Hähchen kann auch Hähchen kann auch mit Lobby Drache Troppen Hey lass Hähchen Grinden Poppy Cosplay Der ist auch lila Geil Hey Rios Was für missgeschickt, das ist der super coole Magier mit dem eiskalten Blick der Gerechtigkeit aus dem Untergrund Nummer 2 S Okay, wenn ich bei S kein Meteor Drachen bekomme, auch wenn es derselbe Pool ist Dann raste ich aus Aber wieder einen coolen Drachen Schau mal das Und boom Metal Dragon Perfekt, noch ein geiler Drache Und Right Arm Leute Let's go Exodia Deck Ich habe schon zwei Hände davon Und Mystical 11 Sun Gun Ah, das war's Mann Okay, dann machen wir jetzt ein langweiliges Story-Duell Wenn man in dem Menü nochmal kreisdrückt Ist man Ist man einfach Raus aus dem ganzen Game Beine Wie Warum Warum kali Aber OFFIC works